In fertigen Guacamole-Dips steckt erstaunlich wenig Avocado. Da freut sich wieder der Zulieferer der Ersatzstoffe. Da werden die Säcke wieder auf die Laderampe geworfen. Lege packt aus und baut die Nacho-Dips nach. Hola, Guacamole! Sebastian Lege packt aus. 9% Avocado. Wow! Spitzenreiter! 1,5% Avocado hat das Produkt. Heißt schon verdächtig. Dip Tex-Mex-Style. Aber auch die Dips mit Guacamole im Namen enthalten nur etwa 9-15% Avocado. Leicht schleimig. Hat ein bisschen was von den Ghostbusters, finde ich. Boah, das ist wirklich hart. Das schmeckt wie gefärbte Mayonnaise. Drin stecken viele ungewöhnliche Zutaten. Hohohohoho, schön! Da freut sich wieder der Zulieferer der Ersatzstoffe. Da werden die Säcke wieder auf die Laderampe geworfen. Verbesserte Rezeptur. Ich will nicht wissen, wie die davor geschmeckt hat. Falls Sie noch nie wussten, wie eine Avocado aussieht genau so? Nicht. Seltsame Farbe, interessanter Geschmack. Warum ist das alles so sauer? Auch die Konsistenz unterscheidet sich deutlich von frischer Guacamole. Falls die Dusche mal nicht ganz dicht ist, können Sie auf alle Fälle mal schön das so als Dichtungsmasse verwenden. Da wäre bei mir der Kinoabend schon gelaufen. So erstes Date, da kommt die Angebetete mit einer Schale Tortilla-Chips und so einer Guacamole. Ich würde gehen. Da denkt man, man hat sich was ganz Gesundes zu Hause auf die Couch geholt. Mit Pustekuchen. Von gesunder Avocado kaum eine Spur. Dafür ellenlange Zutatenlisten und verschiedenste Grüntöne. Wie die Industrie beim Guacamole-Dip trägt, zeigt Produktentwickler Sebastian Lege. Wahnsinn! Da ist nix mehr irgendwie mit strahlendem Sonnenschein. Vielleicht das Salsa-Musik. Ein knackig-knuspriger Chip. Nee. Musik aus. Das ist die Realität hier. Eine große Menge an Pulvern und Zusatzstoffen. Dazu ein kleines bisschen Avocado. Womit geht's los? Der heilige Graf. Wasser. Hauptzutat ist Wasser. Das ist schön billig. Mit jedem Tropfen 10 Cent. Los geht's mit der Basis. Und die besteht im Gegensatz zur echten Guacamole nicht aus frischer Avocado, sondern aus einer Schmelzkäse-Zubereitung. Bei dem Wort immer schön aufpassen. Da ist halt alles drin. Zum Beispiel Milchpulver. Dazu Rapsöl. Das ist viel billiger als gereifter Käse. Jetzt kommt die Schmelzsalze. Die halten alles zusammen und sorgen für eine cremige Konsistenz. Sebastian verwendet Diphosphat, Natriumphosphat, Natriumcitrat, Triphosphat und Polyphosphat. Das macht insgesamt fünf Schmelzsalze. Doch Phosphate haben es in sich. Sie können zu Gefäßverkalkungen, Bluthochdruck oder brüchigen Knochen führen und die Nieren schädigen. Gesundheitlich bedenklich, aber für die Industrie sehr nützlich. Lecker, Tortilla, Guacamole. Für die Schmelzkäse-Zubereitung braucht Sebastian dank der billigen Ersatzstoffe nur wenig teuren Käse. Ach, guck mal, die Schmelzsalze, die machen ihren Job. Der Käse, der lässt vor Angst schon komplett alles von sich, was er hat. Als Verdickungsmittel verwendet Sebastian Xanthan- und Guarkernmehl. Modifizierte Stärke sorgt für Cremigkeit. Dazu kommen zwei Zuckerstoffe. Maltodextrin ist ein beliebter Füllstoff. Dextrose sorgt für Stabilisierung und Haltbarkeit. Jetzt fehlt vor allem eins. Der richtige Geschmack. Dafür nutzt Sebastian Kokosfett. Und weitere Pülverchen. Zwiebel, Paprika und Tomate. Dann Avocado-Aroma. Mit billigem Aromastoff gleicht Sebastian den geringen Avocado-Anteil aus. Salz darf natürlich nicht fehlen. Muss ja schön herzhaft sein. Ein bisschen Olé. Und dann ist Guacamole angesagt, Leute. Etwas Zitronensäure für die Haltbarkeit. Der Zusatzstoff dient auch als Putzmittel. So. Ja. Ist das ein schöner, schleimiger Dip? Wenn der noch kalt wird, wird der fester. Geht weiter! Ein paar Tomatenwürfel. Ein bisschen frisch muss ja auch sein. Ein bisschen Jalapeño. Und? Nicht vergessen. Hier. Avocado. Aber nicht zu viel. Achtung. Das bisschen Avocado macht die Guacamole natürlich nicht grün. Jetzt ist ganz wichtig. Die Farbe kommt ins Spiel. Sebastians Motto. Viel Kupferchlorophyll hilft viel. Alle! Oh, ist aber auch richtig grün jetzt. Sieht gut aus. Hoffentlich hat jetzt kein Hersteller aufgepasst, was ich da alles reingehauen habe. Zack! Nächste Woche mit verbesserter Rezeptur. Ein Billig-Dip dank allerlei Pülverchen. Sieht aus wie eine Wattfarbe. Aber die Konsistenz passt. Eins kann ich Ihnen sagen. Dieser Dip eignet sich nur für einen Horrorfilm. Schmeckt es denn? Schmeckt nach dem, was ich da alles reingekloppt habe. Aber hat nichts mit Guacamole zu tun. Der Guacamole-Fake. Kaum Avocado, dafür jede Menge Ersatzstoffe. Stellt sich die Frage, wie kommt so ein Produkt bei Verbrauchern an? Sebastian will es herausfinden. Dazu hat er Testesser eingeladen. Sie verkosten den Fuego-Guacamole-Dip mit 9% Avocado. Mit verbundenen Augen. Was sie essen, wissen sie also nicht. Wonach schmeckt der Dip? Salz ist säuerlich. Ich finde es auch ein bisschen klebrig. Jalapeno-Schärfe ist da. Vielleicht irgendwas Käsiges. Ich finde es nicht so geil, muss ich sagen. Avocado-Geschmack? Fehlanzeige. Haben die Testesser überhaupt einen Schimmer, was sie da essen? Keine Ahnung. Eine Nachosauce, eine Käsesauce. Echt? Salsa. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Dip für Nachos oder so. Grill-Chilisauce. Undefinierbar. Undefinierbar. Dann lüft ich das Geheimnis und ihr dürft eure Masken abnehmen und das Produkt steht in der Mitte auf dem Tisch. Guacamole? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich schmecke auf jeden Fall nicht nach Guacamole. Nee. Ich schmecke null nach Avocado. Guacamole. Guacamole. Nee. Das Fazit der Tester ist eindeutig. Ich finde es nicht lecker. Ich finde es sehr künstlich auch. Gar nicht so nach Avocado. Ich schmecke die Avocado nicht so raus. Nach Avocado schmecken die Industriedips nicht unbedingt. Da helfen auch eine verbesserte Rezeptur, Aromen und Farbstoffe nicht. Dann lieber eine selbstgemachte Guacamole mit echter Avocado. Die schmeckt besser, ist gesünder und kostet etwa gleich viel. Eine Guacamole. Ratzfatz gemacht. Los geht's mit frischer Avocado. Bisschen Koriander. Darf natürlich nicht fehlen. Den schön zusammenknüllen. Salz, Pfeffer, Zitrönchen oder Limette ist vollkommen egal. Hauptsache Säure, sonst oxidiert das. Dazu Olivenöl und rote Zwiebeln. Und alles zerquetschen. Das ist jetzt richtig lecker. So sieht echte Guacamole aus. Jetzt kommt Salzer hier rein. Jetzt sehe ich mich da schon mit so einer Calpe-Rinja an der Hand. Für diese Guacamole haben die Avocados einen weiten Weg zurückgelegt. Nach Mexiko ist die Dominikanische Republik der zweitgrößte Avocado-Produzent weltweit. Die Bäume brauchen viel Wasser. Der Vorteil, hier regnet es viel. Die Avocados werden unreif geerntet. Mit dem Kühlschiff brauchen sie drei Wochen bis nach Europa. Damit sie trotzdem reif sind, gibt es einen Trick. Spezielle Reifekammern. Dank Wärme, idealer Luftfeuchtigkeit und dem Reifegas Ethylen sind die Avocados nach fünf Tagen reif. Eine Maschine prüft die Qualität. Test bestanden? Dann gibt's den Reife-Sticker. Avocados sind sehr gesund, denn sie enthalten viele wertvolle, ungesättigte Fettsäuren. Die machen die Hüllen der Körperzellen geschmeidig. So können die Zellen Nährstoffe und Vitamine besser aufnehmen. Das Praktische, die Avocado bringt viele gute Inhaltsstoffe gleich mit. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt, ich will noch mehr vom ZDF-Besseresser sehen, dann einfach hier klicken, da gibt es mehr Videos von uns. Und wenn ihr uns abonniert, genau hier würde ich mich richtig freuen.